So Lenny, was machen wir jetzt? Ja, jetzt spielen wir hier mal irgendwas. Ja. Keine Ahnung. Skywars, Bad Wars. Ich hasse Skywars und Bad Wars. Oh, jetzt wird's teleportiert irgendwo. Ja, ja, wir spielen jetzt Stickfight. Was spielen wir? Stickfight. Oh, sieben Runden. Okay, neun Runden. Äh, das spielen wir jetzt gegeneinander, oder wie? Ich hab keine Ahnung, Lenny. Was sieht so aus? Ah, der Typ, der das nicht, das letzte Mal gezeigt? Nee. Ah, das ist so wie Bad Wars, bloß in klein. Ah! Hab ich jetzt verloren? Nein. Ah! Nein! Ah, ich bin runtergefallen. Ha, easy. Nein! Ah, scheiße. Nein! Toller Mensch! Ha, ha, ha. Man, verp... Das... Das Spiel macht mich mehr Akkassivers Bad Wars. Ich hab... Es ist doch gar nichts passiert. Doch, du nervst mich. Unglaublich. Ich hab noch nicht ein einziges von deinen Wetten abgebaut. Oh mein Gott, ich hasse dich aus. Ich hasse dich zu spielen. Warum haben die SG rausgenommen? Okay, nein. Nein! Lass uns was anderes machen. Ja, das Spiel macht mich. Ich bin ein Psycho, Psycho! So, und jetzt? Spielen wir nur da zu zweit? Mörder? Okay. Das könnte lustig werden. Geht das überhaupt? Okay, zu zweit. Dabei geht es zu raten, wer der Killer ist. Ja, eben. Das ist doch übrigens krass, wenn man zu zweit ist. Du bist... Ja. Nein. Ja gut, dann muss wohl ich das sein. Hm. Naja, der Killer weiß ja, dass er Killer ist. Ja, und der andere weiß auch, dass der Killer der Killer ist. Ja, aber man vertraut sich ja nicht gegenseitig. Wie ist das nur für das zweit? Mann! Ich geh jetzt da rein. Ich bin nicht mitbekommen, das war ich nicht. Ja, wir sind nicht im selben Team. Wir müssen rausgehen. Geh raus! Hier ist einer! Was will der denn immer von uns? Na, er ist weg. Ey, der will uns runterschubsen. Ach, echt? Oh, ich hab gerade einen runtergeschubst. Ja! Alter, gelb regt mich so. Guck mal, die verkämpfen sich, um nur uns zu treffen. Was für ein Bastard-Move ist das denn bitte? Ich hasse solche Menschen. Ey, grün kommt auch nur zu uns. Oh, fuck. Oh nein. Oh Gott, ich hab gerade die Enderperle nicht dahin geworfen, wo sie hin sollte. Ich bin jetzt in der Base von grün. Nein. Oh mein Gott, es regt mich so auf. Warum schießt gelb denn nur auf uns? Und blau ist jetzt auch noch hier. Die sollen nicht mal alle verpissen. Oh mein Gott, wie sehr die mich aufregen. Alle Glani, die sind alle hier. Warum? Ich hasse dieses Spiel. Oh mein Gott! Ich möchte... Es nervt mich, aber guck dir mal an wie die sich verkampen. Aber wir haben schon zwei Teams ausgelöscht. Ja, es ist mir egal. Ich hasse Minecraft. Oh mein Gott, Glani. Ich muss lieben. Ich raste so richtig aus. Es ist nirgendshaft. Ich krieg das nicht hin. Ja, das nervt halt gerade echt übelzart. Hat Spaß gemacht, mit meinem Kopf zu spielen. Das lässt uns besonders machen. Ja, ich liebe es auch.